Hallo und guten Tag. Das hier ist ein Foto aus Basel vom Bahnhof. Und auf der Fahrt nach Basel und Zürich und Lichtenstein sind mir zwei Lesehilfen zerbrochen. Ich habe mich draufgesetzt während der Fahrt im Zug. Zuerst wollte ich sie wegschmeißen, aber siehe da, sie entpuppten sich als wunderbare Weihnachtsgeschenke. Denn aus der einen Lesehilfe habe ich eine kleine Bastelschere gemacht, mit Hilfe eines Gummis. Funktioniert wunderbar, wie man sehen kann, für die allerkleinsten. Völlig ungefährlich, da kann man schön üben. Aus der anderen Lesehilfe habe ich einen zusammenklappbaren Fotohalter gebastelt. Hier sieht man ihn. Hier kann man ihn dann aufklappen. Zack, einmal hier. Einmal da. Dann hingestellt. So. Und schwuppdiwupp rein mit dem Foto. Tja, fröhliche Weihnachten allerseits. Bis zum nächsten Mal. Bom. Vielen Dank.